Kuchenbäcker, Busenholter, Editha. Leider, ich kenne die Frau Editha. So schier ist sie nicht, so teppert auch nicht Klo. So geht es jetzt seit Juni 2020. Da bezahlt man Miete und ich habe hier einen Christian, der macht uns ein Miele mit Hundi und Busenholter Claudia. Da sei Brutz der Walter. Wunderschöne wie ist Karin Meier. So geht es jetzt seit 2020. Ich muss Miete zahlen. Die Miete habe ich nicht gestohlen. Ich bin kein Zuhalter wie da drüben. Der verkauft eine Hunde als Musprostituierte und Katzen und nicht nur uns Personen. Familienvisa. Auch Hundefamilienvisa und Katzen. So geht es die ganze Zeit. So wer es hier beschreibt, wenn ihr hier rein müsst, in den sechsten Stock Laufhaus. Claudia, Busenhalter, Editha und Wohnung 1 vorne. Da müsst ihr vorbei. Da draußen warten dann schon, wie immer, der Schnalle entsprechend. Die Brutz und holen die Türen zu ihr, kommt es nicht raus. Hier lassen sie die Einbruchspuren. Das ist die Wohnung 5. Die ist sauber. Da ist ja gar nichts herin, gell. Nicht einmal ein Brösel. Da sind die Einbruchspuren. Das war bei Frau und Gell schon so. Aber jetzt noch viel mehr.